Schöne Veranstaltung, super guter Wettfahrtleitung, Wind hat mitgespielt. Tolles Event, tolle Regatta hier. Es war spektakulär, wir haben es nicht erwartet, weil wir ziemlich entspannt sind. Atemberaubendes Segeln. Ich glaube, die Zuschauer hatten sehr viel Spaß. Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier live aus dem SHP Sail Cube. Das Niveau ist extrem hoch und ich glaube, das bietet wirklich super Potenzial, diese Veranstaltung weiter nach vorne zu führen und auch in den nächsten Jahren weiter zu führen. Ich denke mal, dass es schon ein sehr, sehr harter Kampf wird. Das Feld ist richtig, richtig gut. Nie aufgeben und immer Vollgas geben auf dem Wasser. Ganz kurzes Rennen, ein Fehler und du bist raus. Es gibt nichts besseres, als mit gleichwertigen Booten zu gleichen Konditionen da den Wettkampf zu suchen oder die Challenge. Spannende Rennen auf jeden Fall und der Beste soll am Ende gewinnen. Ich liebe Trabemunde. Es ist eine sehr gute Regatta. Gut Segeln und Spaß haben. Die Organisation hier von der Trabemünde Woche macht riesen Spaß. Letztendlich ist das eine Sache bei gutem Wetter, wo man sagen kann, Segel macht einfach Spaß in Trabemünde. Wir haben die Was ist ein uncover. Wir haben die